In dieser Klasse lernen wir, wie man die Befehle verschieben, kopieren, drehen, erweitern und trimmen verwendet, die sehr wichtig sind, um unsere Skizzen zu ändern. Um loszulegen, öffnen Sie die verfügbare Skizze und greifen Sie auf den Bearbeitungsmodus zu, indem Sie im Browser darauf doppelt klicken. Die Befehle zur Änderung der Geometrien befinden sich im Bedienfeld ändern und wir beginnen mit der Aktivierung des Befehls verschieben, der zum Verschieben von Geometrien verwendet wird. Mit dem aktiven Befehl besteht der erste Schritt darin, die Geometrie auszuwählen, in unserem Fall diesen Kreis. Dann klicken wir auf die Option Basispunkt und klicken auf den Bezugspunkt der Geometrie. Zeigen Sie die angezeigte Meldung an, in der angegeben wird, dass es Dimensionen gibt, die geändert werden müssen, um den Vorgang abzuschließen. Wir klicken auf Ja und eine weitere Meldung wird angezeigt, die Sie auf vorhandene geometrische Randbedingungen aufmerksam macht. Wir klicken auf Ja, um Sie bei Bedarf zu ändern oder zu entfernen. Sehen Sie, dass wir jetzt den Kreis neu positionieren können, indem Sie den zuvor ausgewählten Punkt als Referenz verwenden. Durch Aktivieren der Option Kopieren erstellen wir eine Kopie der ausgewählten Geometrie. Durch die Aktivierung von Precise Input können wir genaue Werte eingeben, um die Geometrie zu bewegen. Um zu testen, aktivieren wir diese Option, klicken Sie auf Auswählen, wählen Sie den Kreis, klicken Sie auf Basispunkt und geben Sie den Bezugspunkt ein. Jetzt geben wir einen Wert für X und einen Wert für Y an und drücken die Eingabetaste, um zu bestätigen. Fortfahren Fortfahren Aktivieren wir den Befehl Kopieren, verwendet, um Kopien zu machen, deren Verwendung ist ähnlich dem Befehl verschieben. Hinweis Sobald eine Kopie platziert ist, sehen Sie, dass wir mit der Positionierung neuer Kopien fortfahren können, oder drücken Sie ESC, um den Befehl zu verlassen. Wir kennen jetzt den Befehl Drehen, mit dem Sie Geometrien drehen können. Wir aktivieren den Befehl, wählen die Geometrie aus und informieren den zentralen Bezugspunkt für die Rotation. Wir bestätigen die Nachricht und sehen, dass wir frei drehen oder einen Wert in das Feldwinkel eingeben können. Sie können auch die Option Kopieren aktivieren, um Geometrie gedreht zu kopieren. Als nächstes schauen wir uns an, wie überlappende Entitäten von anderen Entitäten zu entfernen, mit dem Befehl Trim, dessen Zugriffstaste der Buchstabe X ist. Wir aktivieren den Befehl und sehen, dass, wenn Sie die Maus über die Entitäten positionieren, Teile von ihnen gestritschelte werden, was darauf hinweist, dass, wenn Sie klicken, diese Teile entfernt werden. Beachten Sie, dass Sie keine vollständigen Geometrien entfernen können, z.B. Kreise ohne Überlappung. Eine andere Möglichkeit, den Befehl zu verwenden, besteht darin, klicken und ziehen Sie die Maus über die Objekte, die wir löschen möchten, beachten Sie. Schauen wir uns nun an, wie man Linien mit dem Befehl Erweitern erweitert. Wir aktivieren den Befehl und sehen, dass wir durch Positionieren der Maus über eine Zeile eine Vorschau der Erweiterung haben, die ausgeführt wird, wenn wir klicken. Sehen Sie, dass, wenn Sie den Befehl Erweitern ausführen, wenn wir die Maus über eine Entität positionieren und die Umschalttaste drücken, ändern wir die Funktion des Befehls auf Trimmen. Wenn der Befehl Trimm aktiv ist, ändern wir die Funktion, um das Objekt zu erweitern, anstatt es zu löschen. Mit dieser Funktionsumkehr kaufen wir Zeit bei der Bearbeitung unserer Skizzen in Inventor. Wir beendeten diese Lektion, in der wir gelernt haben, wie man die Befehle verschieben, kopieren, drehen, erweitern und trimmen verwendet, die sehr nützlich sind, um Skizzen zu ändern.